Hallo bei Phil's Philosophy. Mir geht es jetzt um folgende Frage. Wie subjektiv darf Philosophie eigentlich sein? Ich sehe da Potenziale einer nicht-scientifischen Philosophie. Schritt 01 einer Antwort, Philosophie muss eigentlich objektiv sein. Sonst ist sie doch nur lose Meinung. Platon im Theititos sagt, wer nicht Rede stehen und Erklärung geben könne, der sei ohne Erkenntnis über einen Gegenstand. Wer aber auch die Erklärung dazu habe, zu einer Erkenntnis über einen Gegenstand, der habe alles vollständig zur wahren Erkenntnis beisammen. Wenn wir nicht wissen, weshalb es richtig ist, wenn wir es nicht erklären können, dann wissen wir es nicht wirklich. Wir liegen höchstens zufällig richtig. Also muss alles objektiv sein. Wissen, so schreibt Markus Tiedemann, bei Platon ist wahre gerechtfertigte Überzeugung. Beispiel Kopernikus weiß, dass die Erde rund ist. Genau dann, wenn erstens die Erde wirklich rund ist, zweitens Kopernikus davon überzeugt ist, dass seine Behauptung richtig ist und drittens Kopernikus seine Thesen auch plausibel rechtfertigen kann. Bloße Meinung des Einzelnen ist nicht die letzte Instanz, um über richtig und falsch zu entscheiden. Unabhängig von den Gefühlen und Vorstellungen, Subjektivität, existiert eine Objektivität. Philosophieren heißt nach dieser klassischen Ansicht also objektiv begründen, nicht glauben, nicht erzählen, nicht meinen. Schritt 02, Philosophie muss objektiv sein, sonst ist sie keine Wissenschaft. Philosophie hat sich ja in der Neuzeit auch verwissenschaftlicht. Deswegen fangen wir mit Francis Bacon an, ein frühe Neuzeitphilosoph. Das ist der Weg von den individuellen Forschenden mit ihren Vorlieben, mit ihren Abneigungen, eben subjektiven und zufälligen Erfahrungshintergründen. Und das Ziel ist die Reproduzierbarkeit, die Rekonstruierbarkeit der Ergebnisse im größeren Rahmen der wissenschaftlichen Intersubjektivität oder Objektivität einer Scientific Community. Der Weg führt von der Perspektive der ersten Person, vom Subjektiven, zu einer möglichen, objektiven, von allen individuellen Aspekten gereinigten Erkenntnis. Das ist also das Programm der Moderne, die Verwissenschaftlichung. Max Weber, Anfang letzten Jahrhunderts, schreibt, Max Webers Forderung der Freiheit der Forschung von persönlichen Bewertungen dient ebenfalls einer Entsubjektivierung der Wissenschaft. Ziel ist die Beschreibung dessen, was der Fall ist. WissenschaftlerInnen sollten als Ergebnis ihrer Arbeit nicht sagen, wie die Wirklichkeit sein sollte, sondern nur beschreiben, wie sie ist. Also auch das eine Verwissenschaftlichung. Und schließlich Karl Popper, auch im 20. Jahrhundert, gemeinsam versucht, die Scientific Community immer wieder theoretische Modelle der Wirklichkeit zu formulieren, diese dann durch Versuch und Irrtum zu falsifizieren und die Modelle anschließend zu reformulieren, um so voranzuschreiten auf dem Weg substanzieller Erkenntnis. Das ist also auch hier eine Verwissenschaftlichung der Philosophie. Heute ist Philosophie eine Wissenschaft. Das gilt erstmal soziologisch. Es gibt eine weltweite Scientific Community. Es gibt internationale Konferenzen, Journals, Standards im Lehrcurriculum und hinsichtlich der Forschungsmethoden. Und Philosophie ist auch deshalb eine Wissenschaft, weil sie rationale, objektive Erkenntnis anzielt. Man kann auch sagen, intersubjektiv. Es geht nicht um die Ansicht oder die Meinung einzelner Philosophinnen, sondern Thesen werden vorgeschlagen, von anderen kritisiert und weiterentwickelt. Alles muss intersubjektiv nachvollziehbar sein. Das Individuelle ist nicht das Ziel. Das Subjektive ist daher eher ein Stadium, das überwunden oder durchschritten werden soll. Wir wollen zum objektiven, rational begründeten und intersubjektiv gültigen Wissen auch in der Philosophie. Jetzt aber Schritt 1, der Antwort, wie subjektiv darf Philosophie eigentlich sein? Philosophie muss die Grenzen wissenschaftlicher Objektivität sprengen, denn erstens die Perspektive der ersten Person, die Ich-Perspektive ist unverzichtbar. Nämlich zum Beispiel in der Philosophie als Lebenspraxis seit der Antike, also auch vor der Verwissenschaftlichung der Neuzeit. Philosophie erstreckte sich nicht nur auf das Wissen, sondern auf die eigene Person und auf das eigene Dasein. Sie ist ein Fortschreiten, das unser Sein wachsen lässt und uns besser macht und das Wesen desjenigen verwandelt, der sie vollzieht, sagt der französische Philosoph Pierre Hadot, zur Philosophie als Lebensform oder der Verwissenschaftlichung der Philosophie. Ein anderes Beispiel, die existenzphilosophische Ethik. Verantwortung gibt es gerade dort, wo die Vogelperspektive, also die wissenschaftliche, wo auch jedes Big Picture, jede wissenschaftliche Großmodell verabschiedet ist. Denn für diese brauche ich keine Verantwortung zu übernehmen. Das ist mit Arbeit an uns selbst gemeint, Verantwortung zu übernehmen. Das tun wir in diesem Sinn nicht für wissenschaftliche Ergebnisse, sondern für unsere eigene Perspektive und Situation, für unsere Werturteile, für unsere Entscheidungen, für unsere Handlungen. Wahrheit zeigt sich hier als Wahrhaftigkeit des eigenen Lebens. Philosophie, die nur Objektivität, gereinigt von allem Subjektiven sucht, verliert diese ganze Dimension subjektiver Verantwortung. Schritt zwei, Philosophie muss Subjektivität auch deshalb wagen, denn der Fortschritt braucht auch den Erfahrungshintergrund von Individuen, also von subjektiven Erfahrungen. Ein Beispiel, die marxistische, feministische oder postkoloniale Theorie bringt die individuellen Erfahrungen marginalisierter Gruppen als Stimmen ein in die Philosophie und auch in die Gesellschaft. Und das ist unverzichtbar. Hier brauchen wir etwas Subjektives. Individuelle Erfahrungen sind wichtige Impulse. Entgegen der Forderung Max Webers, Forschung freizuhalten von Werturteilen, können ja sollen forschende Subjekte spezifisch wertende Suchbewegungen durchführen. Sie sollen auf eine Weise forschen, dass die Ergebnisse dieser Forschung etwas darüber aussagen, nicht einfach, wie die Wirklichkeit ist, sondern was Wirklichkeit und was der Fall sein sollte. Wie sich Bewusstsein und Gesellschaft nämlich ändern sollten, zum Beispiel im marxistischen, feministischen oder postkolonialen Sinn ändern sollten. Philosophie, die nur Objektivität gereinigt von allem Subjektiven sucht, verliert dieses ganze Potenzial, nämlich das subjektive Erfahren, das Leiden, das Träumen und Gestalten. Das sind unverzichtbare Impulse für das Denken und für die Veränderung der Wirklichkeit und auch für die Veränderung des philosophischen Diskurses. Schritt 3. Philosophie muss immer wieder subjektiv sein, auch deshalb, weil manche Wahrheiten nur am eigenen Leibe erfahren werden können. Ein Beispiel. Die Tradition des Moral Sense, der Empathie und des Mitleids in der Ethik braucht die Perspektivübernahme zwischen lebendigen Individuen. Nur über das Ich, also das Subjektive, können wir das Du erschließen. Das Du, die Perspektive der zweiten Person, kann paradoxerweise nur in der Perspektive der ersten Person erschlossen werden, weil wir dafür erfahren haben müssen, wie es ist, als etwas ganz Eigenes zu existieren. Schmerzhaft gebunden an die eigene, kontingente Situation. Das nennt man Erkennen durch Teilnehmen. Dieses Potenzial muss erst gegen die Entsubjektivierung der wissenschaftlichen Forschung und Philosophie zurückgewonnen werden. Es gibt einfach Wahrheiten, die nur von innen zugänglich sind. Philosophie, die stets Objektivität gereinigt von allem Subjektiven sucht, verliert diese ganze Dimension. Zur Take-home-Message, objektives und wissenschaftliches Wissen, ist einfach in vieler Hinsicht unverzichtbar. Wo wir Objektivität wollen, verabschieden wir Manipulation und bloßen Glauben. Und das ist in unserer Welt sehr wichtig. Aber die Philosophie braucht auch das Subjektive, die Perspektive der ersten Person. Beispiele waren Wahrheit als Wahrhaftigkeit, Philosophie als Lebenspraxis und Existenzphilosophie. Dann individuelle Erfahrungen, zum Beispiel Erfahrungen fehlender Anerkennung und Diskriminierung, sind wichtige Impulse, sie können das Denken und auch die Gesellschaft voranbringen. Und dann, nur über das Ich können wir das Du erschließen, erkennen durch Teilnehmen, wie fühlt es sich an, als Endliches, als Leibliches, als immer irgendwie situiertes Wesen zu existieren. Philosophie muss immer verständlich sprechen und die eigene Position maximal nachvollziehbar machen. Und das ist wichtig und das ist Intersubjektivität. Das geht aber nicht nur über rationale Argumente, sondern das geht auch über nachvollziehbares Verstehen. Gemeinsam ist uns allen sowohl Rationalität als auch das menschliche Existieren selbst. Wie subjektiv darf Philosophie sein? Ich habe versucht, euch einige Aspekte näher zu bringen und ihr denkt unbedingt weiter darüber nach. Bis zur nächsten Frage bei Phil's Philosophy.